Das ist unser Notfällchen im März in der Katzen-Nothilfe-Pension in Zittau, Annegret Kühnemann. Ja, wer ist das? Das ist der Kater Jack. Er wohnt jetzt seit drei Wochen bei uns. Er wurde abgegeben von einer Besitzerin, die sich leider nicht mehr um ihn kümmern konnte. Jack ist ein ganz ruhiger, lieber Genosse. Er will seine Ruhe, ist als Wohnungskatze geeignet und mit dem Fressen ist er überhaupt nicht wählerisch. Er mag Nassfutter, Trockenfutter, natürlich sein Wasser und ist auch für Leckerlis und ein Schalchen Milch offen. Wie ist er denn zu Ihnen gekommen, der Kater Jack? Der wurde abgegeben von einer Besitzerin, die sich um den Jack nicht mehr kümmern konnte. Ja, und so vom Verhalten? Es ist ein ganz ruhiger Kerl. Er will nicht so nach draußen, oder? Er hat nicht den Drang nach draußen. Also er wäre hervorragend als Wohnungskatze geeignet. So von der Gesundheit, Chip und so weiter? Er ist gesund, er ist gechippt, er ist kastriert.